Ohr, hau ich den Tormann voll gegen die Beene, Alter. Oh, aber geiler Haken-Trick, muss man schon sagen. Kann ich das wiederholen, für den Haken-Trick sehen. Und popp! Yes! Und wie ist mein Rennknopf kaputt? Ich kann nicht mehr sprinten. Oder sehe ich das gerade falsch? So, guck, dass das eine gute Idee ist. Ich stinke mal wieder nicht. Und jetzt! Jawoll! Tja, da könnt ihr gar nichts machen. Ich mach mir Kopfschüsse als alles andere. Ich mach mal die Wiederholung weg, war. Huch. Okay, da. Agedapa. Alter. Wenn man diese dreckigen Techniken, wenn man dieses Weckelstoße, die ist, kann ich hoch. Pamm. Ha, 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 ha. Davor geschnitten hat sich der Norden. So, wollen wir doch mal hier ein bisschen fisslich, 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 motherfuckers. Und das war das vierte Tor und damit das Ende der Partie. Angenommen und Pamm, Alter. Der war so schnell, konnte ich mal die Kamera mit aufnehmen. Da könnte er ja nichts, Alter. Wir nehmen schon elf Minuten auf. Wirklich? Ja, stimmt. Ich kann gar nicht singen auf diesen Stein. Das war die A-Round. Was müssen wir hier machen? Keine Breakers. Keine Game Breaker. Keine Kombos. Wärts ja. Zwei Tore Schieß gewinnt. 400 TC. Drei Tore und vier Tore, ah ja. Also keine Game Breaker, was kommt ja noch alles? Oh, da kommt schon die Königsklasse. Da gibt es dann schon vier Runden. Was gibt es hier? Mexiko City. Ach, da hat es glaube ich hier ein Turnier, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, ist egal. Erstmal hier die Game Breaker, also keine Game Breaker Tore. Und da geht es ab. Ach, Rom. Richtung des Gegners bewegen, um diesen perfekten Gerätschab zu fangen. Wow, das wusste ich ja noch gar nicht. So, live FM in Rom sind wir heute. Street und los geht's. Ha, von der Seite hat er nicht damit gerechnet, ne? So, auf den Spiel mir auf Bautista. Ist das jetzt irgendwie so eine Phase von Bautista, aber ich glaube es nicht ganz. Ah, da gibt es ja Kinder Game Breaker. Ah, ja, ganz, ganz famos. Und jetzt hauen rein. Ah, fuck. Shit. Na, shit heißt doch gerade gesagt. Da muss das doch sofort klappen, wenn ich shit sage. Ha, ha, hätte das gedacht. Also so einfach mal, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er ernsthaft angeht. Dann war rüber gelupft über den und dann hier... Pup. Und der jumpt in eine Richtung, Alter. Das ist nicht normal, also die Tome, die können hier fliegen. junge stehen nicht im weg ach siehst du wenn dann wieder so nach wenn wir so einen haufen im weg stehen alter zum kotzen dann das hat auf dem boden liegt da kann ich mal so schon ausspielen das stimmt das war ein fehler von mir sowie aber nichts dass man noch ausböchern könnte ich hasse das aber so plötzlich kommt hier sind wir 10.000 leute auf dem fleckchen wir kann ich auch wieder vorhauen und den ball und ich den ball habe ich auch als trainer ein bisschen zu reden und jetzt jetzt aber jetzt hier ja wohl leiter dank schöner vorlage von hier gibt es auch eine katze ist auch hier im aufnahmeraum sie nicht gerade kommt es nur mich am liebsten weiter hier acht zeichen nach der zeichen weise gedrückt aber ich ist eigentlich nicht so schlimm die zeit vorsichtig joholiken weil du schon ja mein kabeln herum schlafen dass das kann ich überhaupt nicht ab langen schnau ich gucke mal zu scheiß ja lang schlafen wir weiter geht's her drei tore jetzt ab nach berlin berlin unsere hauptstadt unsere streich hat mein streich hat ja meine mietze nicht mietze es auch mit dem bett schon mehr gepennt das ist nah weg da aber mit das um nicht festgemacht hier nur jetzt aber ja die katze ignorieren jetzt wird fußball gezockelt ich muss ja sagen persönlich mich überhaupt nicht der fußball fände weil er zu außer wm und so also wm da bin ich dann wieder voll dabei zum deutschland und das ist ganz schön am tor jenen und das wird ein tor mann der schimmelten kopf rein alter noch mit seinen geilen roten schulen damit man auch gut erkennt und das ist richtig gemacht und bringt euch jeden schwer keine trickpunkte sammeln können so und jetzt haben wir dann noch ein tor jähriger wieder mit dem kopf reingehauen alter rüber und haben ohne wenn und aber hier der war heftig noch also der torschuss ja noch hat die ball ich sehe das so schlecht gerade so an den tollen hast du lieber nicht raus wenn ihr passiert ja nur scheiße wie ich das mache stand da davor ich glaub's nicht fack ging schickten zu gehen noch keine scheiße 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 hoppala was soll man bald inzwischen deine gekommen war das klang irgendwie einartig das gibt es die haben die einen schwein haben die einen schwein danke für den ball übrigens alter und diese sette faule sind das von mir oder was das war kreatives weggeschubsen also nur mal so ich freue doch keine leute hier ich kenne die doch alle gar nicht hier habe ich beim eisockel gelernt macht hier mal die kopfbälle der beste mann hier auf dem feld da ist ja klar ach schon gewonnen was ach drei tore muss ich machen oder hab ich das jetzt verpeilt war schon drei tore alter wo ich kriege ja auch ein schmidt du hast keeper roots äh du hast die keeper roots serie gewonnen und 400 tc erhalten die jahre zicke siegner to move's jingar der ist um m aber ich möchte ja was saufen ich tue doch mal so als wenn ich was trinke ist nicht wahr ich bin beim kings of the street alter du wurdest zu folgendem turnier eingeladen king of the street möchtest du das turnier jetzt starten mhm wollen wir wollen wir nicht wollen wir wollen wir nicht ja nein ja nein ich überleg nur noch ja nein ja nein ja und ja die entscheidung ist gefallen wir nehmen das turnier natürlich an mal der tbs ist der singlatur move's apache sagen wir mal dass es apache ist aber ich weiß es nicht